Hallo zu What's Dart? McDart erklärt den Dartsport. Heute wollen wir euch einmal die elektronische Dartscheibe Bulls Dart Force zeigen. Dazu habe ich mal meinen Kollegen Timo wieder mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also auf der Scheibe kann man mit bis zu 16 Spielern spielen, wie ihr vielleicht jetzt auch schon auf den ersten Blick erkennt. Hier sind relativ viele LED-Anzeigen, die auch sehr viele Funktionen haben. Da werden wir später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt würde ich aber schon mal gerne die Actual Score-Anzeige hervorheben. Sehr viele Leute fragen bei uns nach, ob es eine elektronische Dartscheibe gibt, die die geworfenen Punkte anzeigt. Und genau dafür ist dieser Actual Score da. Werfe ich eine 17, eine Doppel 9 und eine Triple 13, muss ich mir das nicht selber zusammen im Kopf rechnen, sondern das wird mir hier alles zusammen addiert auch dargestellt und hier dann von dem Rest-Score auch abgezogen. Das heißt, die Anzeige ist schön übersichtlich, man sieht das direkt auf einen Blick. Ja, was können wir noch auf dem ersten Blick zu der Scheibe sagen? Wir sehen hier schon, wir haben außen ein Feld für die Auffanglinge ist das quasi. Also das sind quasi nochmal gesondert angeordnete Segmente außerhalb der Score-Segmente. Das ist nochmal ein Segment mit sechs Löchern und das dient quasi um die Fehlwürfe zu zählen. Das heißt, wenn wir hier wirklich nachher auf Doppel werfen, das heißt wir wollen Double-Out machen und wir treffen nicht, dann werden die Darts einmal hier aufgefangen. Das heißt, sie fallen nicht einfach runter, wie zum Beispiel in diesem Bereich. Sie werden aufgefangen und es wird auch automatisch gezählt. Wenn wir darüber hinaus in diesem Bereich werfen, also hier aus, um den äußersten Ring der Scheibe, da wird nichts mehr gezählt und da wird auch eigentlich nicht mehr wirklich was aufgefangen. Also es kann schon mal sein, dass ein Dart hier stecken bleibt, ja, aber in der Regel ist es so, dass die Darts hier rausfallen. Anders als in diesem Felder, das sind ganz normale Segmente wie der Rest auch. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in Scheibe und lassen das Ganze auch einfach mal ganz kurz auf euch wirken. Also wir sind jetzt mal leise und lassen die Scheibe für sich sprechen. Das Ganze fängt schon pompös an, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, hier zeigt die Scheibe schon, dass sie stark auf Sound setzt, was auch der Name schon verrät. Das heißt, es ist die Rust-Ray Version. Das heißt, wenn wir hier gleich die Knöpfe, die die Segmente mal drücken, dann ertönt auch Rust-Ray als Stimme der Scheibe und das hat schon einiges. Also es ist schon was Besonderes, ihn hier aus der Scheibe zu hören. Und würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit einem Spiel an. Was sich hier direkt noch abzeichnet, das sind die Quick-Pick-Funktionen. Das heißt, hier sind vier Tasten vorhanden, mit denen sich vier Standardspiele, die sehr gerne gespielt werden, einfach mit einem oder hier mit zwei Knopfdrücken auswählen lassen. Das heißt, du hast jetzt wirklich nur zweimal gedrückt auf die 301, 501-Taste und hast welche Spiele ausgewählt? Wir haben jetzt 501 ausgewählt, weil, wie gesagt, hätten wir einmal gedrückt, wären wir bei 301 gewesen, zweimal sind wir bei 501. Ansonsten stehen hier noch zur Auswahl Cricket, Cutthroat und Big Six. Das sind wirklich sehr beliebte Spiele, die man hier auf eine Schnellknopftaste gelegt hat, dass man halt schnell starten muss und sich nicht erst mit der Bedienungsanleitung auseinandersetzen muss, welche Kombination man jetzt drücken muss, dass man in dieses Spiel gelangt. Richtig? Richtig. Hier links sind wir dann in der Anzeige direkt den Modus. Also wir haben jetzt hier einen Standardmodus. Hier links sind auch noch mal LED-Anzeigen. Wir haben jetzt nichts ausgewählt, kein Double-In, kein Double-Out, Master-Out. Das sind alles Funktionen, die sich hier nachträglich auswählen lassen. Das ist alles eine Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist mehrsprachig, also nicht nur Deutsch und Englisch, sondern es sind auch noch viele weitere Sprachen drin. Da steht ja noch alles, wie gesagt, was man hier alles einstellen kann, steht alles da drin. Wenn wir hier jetzt ins Detail gehen, dann sind wir hier noch in einer halben Stunde zugange. So viele Möglichkeiten hat diese Scheibe wirklich zu bieten. Wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz das Gängigste und das hier in den ersten Eindruck gehalten. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Start. Wir hören direkt die Stimme von Russ Prey, der uns quasi sagt, dass es losgeht. Wir simulieren jetzt einfach mal den ersten Wurf von Martin. 10, 20, 19 und nochmal eine 20. Was jetzt direkt ins Auge fällt, ist hier oben links der kumulierte, aufaddierte Actual Score. Wie eben schon erwähnt, das ist halt, ihr müsst es nicht selber rechnen und ihr seht direkt, was habt ihr wirklich geworfen. Das heißt, ihr müsst es immer übersichtlich, ihr wisst genau Bescheid. Wie ist das jetzt bei einem Spielerwechsel automatisch oder müssen wir hier durch? Für den Spielerwechsel müssen wir auch den Knopf hier einmal drücken. Ihr seht, dass das hier gerade eben noch am Blinken ist. Die Restpunkte des Spielers, der gerade geworfen hat. Wir klicken einmal hier drauf, kommt Spieler 2, das wäre dann in dem Fall ich. Wir werfen natürlich ein bisschen mehr Punkte als Martin. So, wir haben jetzt eine solide 100 geworfen. Das heißt, wir haben hier die 100 angezeigt, die 401 blinkt hier, die Restpunkte von mir. Hier nebendran seht ihr eine Anzeige mit geworfenen Darts. Das wird euch auch hier nochmal gezeigt. Hier steht die 3 für 3 geworfene Darts. Und ein Average bei mir jetzt gerade bei 33. Das heißt, er rechnet den Average auf einen Dart runter, Point per Dart. Da wir gerade 100 geworfen haben, durch 3 sind wir bei 33,3. Ja, jetzt hat uns eh nicht getroffen. Aber ihr seht schon, man sieht, man hat hier sehr viel zur Verfügung. Gute Anzeige. Jetzt haben wir das hier unten, das heißt, wir können auch noch mit 2 weiteren Personen spielen. Dann ist die Anzeige auch noch da. Das ist schon übersichtlich und man kriegt viele Infos wirklich beim Spielen. Wir wollen jetzt auch nicht viel tiefer auf die ganzen Funktionen hier eingehen. Das findet am besten selber mal heraus oder guckt wirklich dann in der Bedienungseileitung. Wir wollen mal noch ein bisschen auf die Vor- und Nachteile der Scheibe eingehen. Dann hatten wir noch ein paar Vorteile. Einige hatten wir schon genannt, zum Beispiel hier mit dem Auffangring außen, der dann wirklich zählt und die Darts festhält. Dann mit dem Actual Score hatten wir als großen Vorteil gesehen. Was siehst du noch für Vorteile in der Scheibe? Also generell, die ganze LED-Anzeige gefällt mir sehr gut. Das ist für mich sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Sie bietet wirklich sehr, sehr, sehr viele Informationen. Dadurch kann es aber auch schnell etwas überladen wirken. Sehr gut gefällt mir hier zum Beispiel die Cricket-Anzeige, die wirklich sehr deutlich ersichtlich zeigt, welche Felder man schon getroffen hat und welche noch offen sind. Was mir auch sehr gut an der Anzeige gefällt, man sieht das hier jetzt noch blinken, den Spieler 2 und hier haben wir bis zu 16 durchgängige Spieler. Das heißt, wenn man sich vorher die Nummer gemerkt hat, welcher Spieler man ist, dann kann man das hier wirklich sehr deutlich erkennen, wer gerade an der Reihe ist. Das heißt, ihr könnt hier nicht nur zu zweit drei oder vier Leuten spielen, sondern wirklich bis zu 16 Leute auf einmal auf eine Scheibe in einem Match spielen. Das ist auch eine kleine Besonderheit auf jeden Fall. Also das gibt es so auch nicht überall. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Sound-Taste hier, weil die funktioniert in beide Richtungen, sowohl lauter als auch leiser. Das heißt, wenn ich jetzt gerade bei vier bin, muss ich nicht erst einmal komplett bis auf ganz laut drehen, bis ich den Ton komplett ausmachen kann, sondern ich kann einfach nach unten durchklicken. So, jetzt sind wir bei null. Das heißt, der Ton ist jetzt wieder aus. Nachteile? Also für mich ein Nachteil betreffen die Segmente, die lassen sich nicht ohne weiteres austauschen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ansonsten Nachteile, wir haben zum Beispiel nicht, wie auch bei anderen Scheiben, irgendwo an der Scheibe selber Haltelöcher für die Darts. Das heißt, die müsst ihr dann wirklich, wenn ihr aufhört zu spielen, beiseite legen. Die können nicht an der Scheibe bleiben. Das kennt man von anderen Scheiben, wo dann wirklich hier eingestandte Löcher sind, die da drin halten. Du bist gerade auf die Segmente eingegangen. Das heißt, wenn die kaputt sind, abgenutzt sind, können wir die nicht selber wechseln. Dazu bitte unbedingt, wenn ihr das Board auspackt, darauf achten. Es ist eine Garantiekarte dabei. Das heißt, die müsst ihr unbedingt aufbewahren. Wenn sowas mal vorkommt, könnt ihr euch mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Und dann sollte euch vom Hersteller wirklich sehr gut geholfen werden. Die sind ja auch sehr, sehr kulant. Gibt es sonst noch irgendwas Besonderes an der Scheibe, die wir Nachteile, Vorteile, sonst die hier Besonderheiten halten? Also was generell mittlerweile bei sehr vielen Scheiben üblich ist, ist auch hier vorhanden. Zum Beispiel die Game Guard-Taste, die Tastensperre. Das heißt, wir spielen ja jetzt gerade und jetzt wäre Martin noch dran. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Scheibe verfehlt und auf den Power-Knopf wirft, dann würde die Scheibe ja ausgehen. Drückt dann vorher die Tastensperre, sind quasi nur noch der Start- und Hold-Knopf verfügbar und die normalen Felder. Würde man jetzt auszusehen auf das Power-Feld kommen, bleibt die Scheibe an. Ansonsten soll es das erstmal zu der Scheibe gewesen sein. Ich denke mal, die ersten Infos für euch sind da und helfen euch bei der Entscheidung, welche Scheibe ihr nehmt. Wir haben zu jede Menge anderen elektronischen Dartscheiben auch Videos online gestellt. Schaut einfach mal bei uns im YouTube-Kanal da, abonniert uns, dann erfahrt ihr immer, wann die neuesten Videos online kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch mal ein Like da und schaut mal im Shop vorbei.